Das sieht so dumm aus. Junge. Nein. Junge. Was? Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder auf CubeCraft. Ich mache jetzt nochmal ein Video mit Packet, weil Leute rumgeheult haben und meinen, der Fly ist so langsam, da steht er unendlich schnell. Ja, ist quasi langsamer geworden, leider. Aber passt ja eigentlich. Ist ja quasi eigentlich schon Laufgeschwindigkeit auf diesem Server. Zumindest für Cheater. Oh, da ist er leider tot. Bin quasi so schnell, dass ich einfach keiner mehr hitten kann. Davor war es schon unspielbar richtig mit dem Schnellen, aber jetzt wird es ja noch besser. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist Blöcke placen. Oder essen währenddessen. Das hat sich gereimt. Tatsächlich, da muss man tatsächlich stoppen, weil das schon viel zu schnell ist für den Server. Aber es funktioniert. Das ist dumm. Das hat vielleicht auf der Java-Eder schon vor 20 Jahren gefühlt funktioniert. Ja, funktioniert einfach quasi wieder. Ist ja zulke unmöglich zu patchen, so deswegen. Ja, der hat es versucht, kann man sagen. Eigentlich wollte ich mit Reef aufnehmen, aber der kommt. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ist ja quasi... Ja, war ja schon schwer zu gewinnen. Wir gehen mal in die andere Runde am besten. Ja, ansonsten kann ich nicht viel sagen. Tatsächlich, das ist der gleiche Tag, wo ich das einfach aufnehme, nur ein bisschen später. Und mit dem gleichen Alt, lustigerweise, weil... Ja, Anti-Cheat quasi nicht vorhanden. Genauso wie die Mods. Und ja, deswegen spielen wir auch mit der gleichen Config, nur ein bisschen abgeändert. Ich glaube, wir haben uns jetzt nichts umgeändert. So. Ist auf jeden Fall sehr witzig, was hier funktioniert. Die sehen uns einfach gar nicht mehr kommen. Ja, dann war's mit dem. So, zu dem. Man sieht ja zirka, wie schnell das ist. Der hat ja nicht mal eine Chance, zu mir zu kommen. Oder auch wenn es kurz laggt. Quasi hat er mich fast bekommen. So. Weiter geht's mit dem. Den haben wir einfach mal nebenbei, so auf der anderen Insel katapultiert. Das Blockplacen geht, by the way, nicht, weil PewCraft da irgendwie einen Block hat, dass, wenn man zu schnell Blöcke platziert, dass man einfach gekickt wird. Habt mich nicht, wieso? Ich hab's einfach akzeptiert. So. Den holen wir, oh, 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 okay. Das wird gefährlich. Da war sehr gefährlich, der Typ. Der kam anders gefährlich. Sicher hat er gutes Loot für uns. Ja, natürlich nicht. Da ist der Nächste, der quasi fast vor uns abgehauen wäre. Oh. Ja, gut. Wir werden die nächste Runde natürlich. Wir machen das jetzt mal. Äh, eins bis zwei Runden. Warum steht da 52 Minuten Playtime? Ich spiel doch nicht wirklich, nee, ich spiel nicht so lange. Ich würd schon sagen. Ja, die Playtime funktioniert super. Mäh. Merkt man einfach, wie gut das ist. Ja, äh, weil Leute haben auch geschrieben, dass ich bitte Orion nutzen soll, beziehungsweise sie haben gesagt, Orion ist besser. Äh, an die Leute frage ich, äh, hier in diesem Video, ob die mir Configs tatsächlich per DM einfach zusenden können. Ja, dann würd ich auch mit Orion ein Video machen. Wie gesagt, ich will jeden Client mal einmal zeigen, mindestens, der gut ist. Wolltest ein bisschen Cheating, äh, Bedrock-Cheating in Deutschland populärer machen hier. Ja, der hat mich fast bekommen. Okay, das ist auch die letzte Runde, glaub ich. Das sieht so dumm aus. Junge. Nein. Junge. Was? Wie genial. Und da haben wir auch die Runde gewonnen. Komm, wir machen noch eine Runde. Das macht Spaß. Ich würd's auch gerne in Equals spielen, aber, ja. Obwohl, lass das in Equals spielen, wir sehen uns gleich in Equals. So, da sind wir auch in Equals. Äh, ich bin normalerweise in Teams reingegangen. Ich hoffe mal, der Fly geht hier genauso schnell. Ich hab das jetzt noch nicht in Equals getestet. Ich weiß nur, dass es in Skywars so schnell geht. Ja, quasi. Quasi legitim. Ich weiß halt nicht mehr, wo ich bin, aber, sonst passt's. Junge. Das wird nicht mal ne Runde. Ah, das ist unser Ei. Ah, quasi. Quasi. Fast verloren, natürlich. Ja, das macht schon Spaß. Das ist ein Teamkamerad, okay. Wo ist denn das Eisen? Ach, wozu Eisen, wenn ich auch einfach hinten kann? Nein, oder? Junge. Das schmiert jetzt für immer auch. Ja, gut. Das war's mit ihm. Doch nicht für immer. In Equals macht man weniger Damage, aber mit dem Fly. Das ist leider so. In Skywars ist es besser. Auf jeden Fall. Aber man kann die auch einfach runterschlagen, tatsächlich. Lustigerweise kriegen die auch einfach einig. Wenn man einfach so schnell ist. Dafür kann man durch Ende hitten. Das ist doch schon mal was. Oh, komm. Oh, da hat er mich bekommen. Schade, Marmolade. Holen wir uns mal erstmal Eisen. Ja, schon ein bisschen mehr, wäre schon Premium. Aber auch immer kann man nicht alles auf einmal aufsammeln. Das ist ganz komisch, die Version. So. Oh, der ist runtergefallen. Schade. Und wir haben gewonnen. Ja gut. Das war's mit der Folge. Ihr habt gesehen, ähm, ja, ein bisschen schneller geworden. Hätte ich gedacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Kakao. Tnis, Tnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dinos. Vielen Dank.